Musik Ja? Jo, der Lox. Ja? Du hast mich angerufen? Na, hab ich nicht. Hä, doch. Hab ich nicht. Hä, lol. Bei mir steht hier, verpasse Anruf, Snog Deluxe, 21 Uhr 41. Hab ich nicht. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich war grad, mein Handy liegt in der Küche. Ich bin grad Handy holen gewesen. Hä, lol. Aber, hä, bei mir steht hier, Snog Deluxe, verpasse Anruf, 21 Uhr 41. Ich war da safe nicht. Der 29.05.2017. Ich war das nicht. Safe sag ich dir. Ja, safe, als ob deine Mutter mich anruft. Kann gut sein. Bin ich so geil, dass deine Mutter mich auch noch anruft? Nö, ich glaub nicht, dass du bei bist. Ja, du möchtest auch. Ja, keine Ahnung. Bei mir steht hier, verpasse Anruf, Snog Deluxe. Ja, stimmt aber nicht. Wird du Stress oder was? Ja, was kann ich dafür, wenn das bei mir hier steht? Kauf dir besseres Handy. Ja, nee. Ja, doch. Das wurde selbst in der iCloud gespeichert. Ich war das aber nicht, sag ich dir jetzt schon. Ja, aber, 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 bei mir... Nichts, aber, nichts, aber. Bei mir steht hier aber auch... Bei mir steht hier aber als Nummer... Mir egal, juckt mich nicht. Aber hier steht die Nummer. Ja, aber juckt mich nicht. 0163. Juckt mich nicht. Also war das doch deine Mutter. Weiß ich doch nicht, Junge. Ja, dann gib sie mir mal. Wie weißt du nicht mal mein Code, so dummes Kind? Ja, dann nutzt ihr halt Siri. Oh, jetzt nervt man nicht. Junge, bei mir steht hier, Snog Deluxe, verpasse Anruf. Oh, Junge, ist mir egal, jetzt nervt mich. Junge, warum sollte ich nerven, wenn bei mir hier steht, verpasse Anruf, Snog Deluxe. Juckt mich nicht. Ich weiß, dass dich das nicht juckt. Aber warum hast du angerufen? Ich hab nicht... Junge, ich diskutier jetzt nicht mit dir. Junge, wenn das bei mir hier steht... Hey, klicke es auf, juckt mich nicht nur. Oh, ich... Jo. Hallo. Du hast angerufen. Hä? Du hast angerufen. Ich. Ja? Was los? Was los? Ich hab nicht angerufen. Hey, doch. Nee. Hä? Hä? Bei mir steht hier, verpasse Anruf, einfach Basti, 21 Uhr 49. Hä? Ja, was los? Ich hab nicht... Ich bin dran Fahrrad fahren, da kann ich dich gar nicht anrufen. Hier steht, verpasse Anruf, einfach Basti, 21 Uhr 49, 29.05.2014. Und ich? Äh... Okay, denn war das ein Fail, weil ich hab grad gar nicht angerufen, ich bin grad draußen. Ja, das war jetzt vor vier Minuten knapp. Ich bin Fahrrad gefahren und schreib gerade mit einer anderen Person. Ich hab die also nicht angerufen. Mit deiner Freundin? Ja, mit meiner Freundin. Und warum rufst du mich dabei an? Ich hab dich nicht angerufen. Ich hab dich nicht angerufen. Was hab ich jetzt mit deiner Freundin zu tun? Ich hab dich nicht angerufen. Oder, oder bin ich deine Freundin? Nein, du hast... Nein, du hast... Nein, du hast... Nein, du hast mich... Nein, du hast mich... Warum rufst du mich dann an? Ich hab dich nicht angerufen. Doch, hast du. Hier steht, verpasse Anruf, einfach Basti, 21 Uhr 49. Ich hab dich nicht angerufen. Warum steht das dann hier? Keiner, weil dein Handy rum backt. Das sagen alle, die ich bisher angerufen hab. Aber mein Handy backt nicht rum. Ja, siehst du? Ich kann das alle sagen. Bitte? Wenn das alle sagen, dann ist ja klar. Ich hab dir nicht angerufen. Ich bin grad eine Frage unterwegs und... Ja, tisch. Ja, Junge, ihr steht einfach Basti, verpasse Anruf, 21 Uhr 49. Äh, Ben, weiß er auch nicht. Ich hab dir auf jeden Fall nicht angerufen. Das letzte Mal, als ich von... Dich angerufen hab, das war vor ein paar Monaten. Aber warum steht das dann hier? Keine Ahnung, weil dein Handy rum backt. Mein Handy backt nicht rum. Ja, irgendwie ja schon. Naja, alle, die ich bisher angerufen hab, die sagen das auch, dass mein Handy rum backt, weil ich sie verarscht hab, aber... Ja, siehst du? Ich musste doch was merken. Ja, Junge, hier steht einfach Basti, verpasse Anruf. Ja, das war ich nicht. Komisch, und was jetzt? Ja, keine Ahnung. Junge, du hast mich angerufen, jetzt will ich wissen, was los ist. Ich hab dich nicht angerufen. Junge, das steht hier. Und wenn das hier steht... Ich, ich brauch keine Hilfe, ich hab dich nicht angerufen, ich will nicht. Ich, denk dran, ich bin ja deine Freundin, du brauchst mich schnell anzurufen. Na? Hallo? Na? Du hast angerufen. Ich hab keinen angerufen. Hey, doch, du hast mich angerufen. Vor drei Minuten. Nein. Nein. Hey, doch. Nee. Doch. Vor drei Minuten war ich ein Haare waschen. Vor drei Minuten? Bei mir steht hier in der Anrufliste, verpasse Anruf, Cecile, 21.55 Uhr. Ja, Kimi, ich hab vor drei Minuten noch Haare gewaschen. Hey. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Willst du mich grad irgendwie verarschen oder so? Ich verarsch dich nicht. Hey, was, was denn los? Warum hast du mich denn jetzt angerufen? Ich hab dich nicht angerufen. Doch, du hast mich angerufen. Nein. Ich bin doch nicht blind, ich weiß doch, was hier steht. Ja, schick den Screenshot. Kann ich dir gerne gleich schenken. Nee, aber ich hab dich echt nicht angerufen. Loll. Sorry, aber hey. Ich kann dir auch gerne ein Bild schicken, dass ich noch meine Haare nass hab, dass ich noch meine Haare nass hab, dass ich von drei Minuten durchschen war, beziehungsweise Haare gewaschen hab. Komisch. Also, bei mir steht hier, wie gesagt, einfach nur, dass du verpasst den Anruf hier. Hä, okay. Hast du vielleicht irgendwie Hosen, äh, Taschenanruf oder hast du so gemacht? Nee, ich hab gar nichts gemacht. Mein Handy lag in meinem Zimmer. Vielleicht deine Mutter oder so? Ich war im Wohnzimmer. Sicher? Und sie kommt ja an mein Handy nicht dran. Bist du dir da ganz sicher? Ganz, ganz sicher. Hattest du dein Zimmer abgeschlossen? Ich hab keinen Schlüssel. Siehst du? Bist du, wollte sie dich anrufen? Weil deine Mutter mich mag? Keine Ahnung. Ja, siehste. Ja, was ist denn los? Warum hast du mich denn jetzt angerufen? Ich hab dich nicht angerufen. Es steht hier. Sorry, aber ich hab dich nicht angerufen. Hä? Ich bin doch nicht blind. Ich kann doch lesen. Hier steht, Cecil, verpasse Anruf vor 5 Minuten, 21.55 Uhr, 29.15.2014. Ich kann nicht nur sagen, dass ich Haare weichen mache. Komisch. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Also das steht bei mir hier in der iCloud und in dem Anrufungsprotokoll. Ja, sorry, aber auf meinem Handy steht nichts. Komisch. Also das ist wirklich komisch. Ich hab heute niemanden außer meinen Freund angerufen. Ich hab heute niemanden außer meinen Freund angerufen. Ok. Okay. Also das ist sehr merkwürdig. Ja. Und ich sag auch vorher Bescheid, bevor ich anrufe. Warum das denn? Keine Ahnung. Oder ich frag zumindest, ob derjenige Zeit hat, um zu telefonieren. Bei mir steht das hier. Keine Ahnung. Ja, okay, sorry, aber ich hab dich nicht angesprochen. Warum entschuldigst du dich denn jetzt? Ja, warum? Hä, wofür denn? Keine Ahnung. Bevor jetzt das Video weitergeht, möchte ich euch nur kurz mitteilen, dass an dieser Stelle ein paar kleine Clips fehlen, da diese Informationen beinhalten über meine Adresse und weitere Daten. Also seid mir bitte nicht böse. Wer bin ich denn? Noe. Oh. Ablau. Oh. Yay. Tschüss.